moin moin und hallo herzlich willkommen zum video von mir für euch heute mit der apple watch series 9 bei dem ist das motto smarter heller power kommen wir nun zum einrichten zum koppeln der apple watch series 9 9 ist das schön oder es ist immer sinnvoll die watch auf dem ladepad zu halten es ist aber nicht pflicht okay das muss muss nicht sein aber dann seid ihr sicher dass auch im koppelmodus alles in buddha auf dem kudde ist dann die watch selber sollte in der nähe eures smartphones sein mit dem ihr es koppeln möchtet auf dem smartphone sollte die watch app sein w a t c h wenn sie nicht darauf sein sollte dann holt sie euch aus dem apple store um sie dann nutzen zu können dann bewegen wir uns in diese besagte watch app und haben jetzt hier erstmal die begrüßung guten tag wenn wir eine apple watch haben können wir sie hier mit dem iphone koppeln die apple watch app ist demzufolge für die koppelung unserer apple watch da und für das für das synchronisierung haltungs angebot der watch series 9 und der besagten iphone freundin so was machen wir wie machen wir wir haben hier also die möglichkeit ihr seht links ist sie schon auf den koppelmodus gegangen das heißt dort das gerät schalten wir ein indem wir einfach die taste an der rechten seite nicht die chrome sondern die taste gedrückt halten bis das apple logo kommt das apple nur da ist sagt es dann bringe mich in die nähe von dem iphone in den meisten fällen ist es auch so wenn ihr in der nähe eines iphone dann euch befindet kommt hier sogar die nachricht digga möchte koppeln so wir gehen also auf koppeln starten jetzt geht es weiter apple watch konfigurieren wenn wir eine apple watch haben können wir sie dort konfigurieren und pairen wir müssen nun nur entscheiden ob sie für uns selbst konfiguriert wird oder für ein familienmitglied konfiguriert wird für uns selber also jetzt geht es dazu diese beiden watches zu kombinieren und dafür müssen wir einfach die kamera verwenden und dieses dieser punkte haufen hier das sind die specs also sprich die die ganzen informationen die diese apple watch series 9 gerade so in er hat um die dann zu verheiraten gehen wir einfach mit unserem phone hin und werden diese dann übereinander halten ab fotografieren also ab filmen so einfach darüber ab filmen bis es zu einer kopplung kommt so damit ist die kopplung gestartet und die apple watch seht ihr wird jetzt synchronisiert und gekoppelt super so einfach geht das dann gehen wir auf apple watch konfigurieren denn es gibt unterschiedliche menschen die unterschiedliche vorlieben haben ob sie rechts oder links träger sind da geht es darum die handgelenkeinstellung zu wehren wir können links oder rechts träger sein rechts oder links also sprich am linken handgelenk oder am rechten handgelenk ihr habt gerade gesehen an meinem linken handgelenk befand sich eine ultra also bin ich wohl linksträger fortfahren damit weiß dann schon mal das bild da drinnen auf welcher seite sie getragen wird das ist natürlich auch sehr wichtig für die gestensteuerung nun müssen wir auch bei solchen geräten die an unserem handgelenk getragen werden allgemeine geschäftsbedingungen akzeptieren wenn wir diese nicht akzeptieren sondern ablehnen dann ist die verwendung dieses gerätes natürlich ja so eingeschränkt dass es gar nicht mehr möglich ist also akzeptieren wir vorher lesen wir die agbs durch und akzeptieren diese dann wird hier eine anmeldung im account erfolgen dies kann einen moment dauern euer account ist der eure apple id die auf dem iphone was hier rechts liegt ja schon stattgefunden hat und nun werden die daten ausgetauscht sprich die 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 watch wird hiermit so konfiguriert dass sie sozusagen das kleine pardon unserer großen apple iphone geschichte hier ausmacht denn ich habe hier ein gps modell diese beiden benötigen nämlich sich gegenseitig auch bei der cellular version braucht ihr ein iphone bei die sich ja auch gegenseitig benötigen um daten auszutauschen die hells app die loge die location app und so ein zeugs und so ein zeugs und bei mir ist es so dass diese uhr ja natürlich auch dann die wifi funktion übernimmt apple watch code wenn ein code eingestellt ist wird die apple watch gesperrt sobald die abgenommen wird von unserem handgelenk und kann erst wieder entsperrt werden wenn wir diesen code haben und dann würde sie wieder funktionieren sicher solltet ihr einen code dann darauf setzen weil wenn die watch fort ist könnte nämlich wenn einer reinkommt dass einer ja weiterverwendet eure apple watch und eure eventuellen daten hier drauf auslesen das wäre ja doof also geben wir einen code diesen code geben wir im zahlencluster von unserer watch ein ich habe jetzt einen ganz leichten genommen ihr nutzt bitte einen anderen mit ich hier euch das leicht demonstrieren kann habe ich jetzt einen sehr einfachen genommen ihr benutzt natürlich einen anderen so jetzt haben wir hier schon die möglichkeit die größe des textes auszuwählen wenn ich den hier verändere auf meinem iphone verändert der sich auch auf der apple watch das heißt hier könnt ihr das einstellen was ihr gerne hättet ihr könnt auch einen fetten text zum beispiel machen oder nicht so fetten text jetzt geteilte einstellungen sind halbe einstellungen oder nicht geteiltes einstellfreundchen die apple watch das iphone verwenden nämlich dieselben einstellungen für ortungsdienste mein iphone suchen siri sowie analytics und verbesserungen einige ziffernblättern und apps verwenden möglicherweise unsere ortungsdaten wenn die ortungsdienste aktiviert sind die fitness und health apps werden auf unserem iphone dann geladen und vorbereitend können sie dann hiermit dann auch synchronisiert werden so jetzt geht es darum fitness und health können wir personalisieren durch diese information wird garantiert dass die daten der apple apple apps fitness und health so präzise wie möglich sein können deshalb sollten wir dort auch dann die angaben korrekt eingeben das heißt das geburtsdatum das geschlecht die größe und das gewicht kann man eingeben 1 meter 80 hier bei mir so und gewicht war 110 kilo zirka etc das ist ja individuell bei euch auch dann so jetzt sind wir im aktivitäten symbol die aktivität und app hilft uns weniger zu sitzen uns mehr zu bewegen und ziele zu erreichen die wir festgelegt haben und diese können wir dann auch abrufen und immer sozusagen als unser goal für den tag setzen bei mir zum beispiel ist das goal 12 stunden stehen 30 minuten worken jeden tag und 900 kilokalorien über meinem normalen haushalt zu verwenden so das heißt wir können die aktivität konfigurieren tägliches bewegungs ziel wir haben niedrig 440 mäßiges 820 und hoch wäre 1200 das heißt also wenn ihr postbote seid dann solltet ihr 1200 nehmen und wenn ihr in einem nicht so aktiven job seid dann könnt ihr hier auf mäßiges niveau gehen 800 bis 900 ist euch überlassen ihr könnt aber auch klein starten mit niedrig und wenn ihr das dann jeden tag überschreitet merkt dass der algorithmus da drinnen und wird euch dann eine erhöhung dieses wertes vorschlagen das heißt wir gehen jetzt hier mal mäßig ans ziel wie viel wollen wir jeden tag trainieren das ist auch zum beispiel schnelles gehen aktiv sein etc auch hier ist das individuell auf euch abgestimmt wie ihr das möchtet fangt niedrig an geht höher geht wieder runter geht höher das könnt ihr einstellen und tägliches stehziel es wird empfohlen am tag mindestens eine minute pro stunde aufzustehen und sie zu bewegen die zwölf stunden pro tag heißt nicht dass wir zwölf stunden am stück stehen müssen sondern wie ich gerade sagte ein paar minuten mindestens dann wird die gezählt das ist aber nicht nur eine minute das dauert schon ein bisschen länger und das könnt ihr hier auch erniedrigen oder erhöhen ich habe da bei mir als beispiel zwölf stunden eingestellt dann trainings routen protokoll der watch app training verwendet unseren standort und bei autortraining routen und lokale wetter infos aufzuzeichnen das hilft ungemein natürlich auch der community müsst ihr wissen ob ihr dieses protokoll aktiviert oder deaktiviert haltet dann haben wir mitteilen über unsere gesundheit geräusche finde ich sehr sinnvoll bei sehr lauten geräuschen warnt uns nämlich die app sprich die apple watch series 9 dann an dass wir an einem ort sind wo es zu laut ist cardio fitness wir erhalten mitteilungen wenn unser kardio fitness dann richtig oder zu niedrig ist oder eine niedrige herzfrequenz oder eine hohe herzfrequenz ich denke mal ihr solltet alles angeschaltet halten und nehmen wir medikamente ein dann sollten wir hier auswählen welche es sind zum beispiel calcium kanal blocker oder beta blocker zum beispiel das sind die einschätzungen für die cardio fitness können nämlich bestimmte herz medikamente beeinflussen und deshalb ist es auch wichtig hier richtige angaben zu machen sicherheit die apple watch als hilfe in notfällen notruf sos funktion dann haben wir kurz sturzerkennung unfall erkennung sehr wichtige und tolle features die diese apple watch uns auch den ass ratten können wenn mal was passiert finde ich oder nicht denn passieren kann jeden mal etwas wir können das zur kenntnis nehmen denn diese sicherheitsfeatures sind standardisiert natürlich angeschaltet und wenn wir jetzt einen sturz im training oder auch so haben wird hier ein timer runter laufen von 10 sekunden wenn wir bis dahin dann nicht sagen es ist alles in butter dann wird die der notruf nämlich dann abgesetzt so damit sind wir jetzt am willkommen der apple watch angelangt das heißt also diese watch ist jetzt verknüpft und sagt uns hallo wir können ziffernblättern auswählen wir können apple watch apps bedienen und bearbeiten so hier haben wir zum beispiel jetzt die möglichkeiten auf mitteilungen app ansichten zu verändert zum beispiel können wir hier links listen darstellung oder raster darstellung hier können wir die anordnung der apps verändern wie das uns so gefällt so können wir das auch dann einsetzen dann gibt es die möglichkeit allgemeine einstellungen die helligkeit zum beispiel noch zu setzen die textgröße die helligkeit zu verändern wie sie an und ausgeschaltet werden soll bedienen umshilfen siri kann auch damit oder ist damit gekoppelt den code können wir ändern die töne die hafte können wir verändern den datenschutz etc was natürlich ganz interessant ist sind die ziffernblätter nicht wahr wir haben einen riesen aufwand ziffernblättern für die aktivität astronomie fürs atmen für bewegungen die kalifornien chronographen farben feuer und wasser flüssige metalle also wirklich schöne animierte sachen sind dabei konturen emojis auch hier mickey maus und mini maus sind am start die haben also apple hat da auch mit nike etwas ins leben gerufen dann kann man porträts zum beispiel personen haustiere und andere einfügen hier snoopys mit am start die sonne streifen toy story das alles animierte schöne sachen die ihr euch dort auswählen könnt zeitraffer funktionen et cetera et cetera und wenn ihr dann eine auswählt könnt ihr diese dann auch noch auf unterschiedliche zeitraffer zum beispiel individualisieren und diese dann hinzufügen und wenn ihr die hinzugefügt haben werden diese dann auch zur apple wird apple watch hinzugefügt und können dort nämlich dann ausgewählt und nochmal individualisiert werden ja und dann sind wir hier kommen wir rein mit unserem code und starten unsere apple watch kommen wir nun zur verwendung unserer apple watch series 9 um sie überhaupt verwenden zu können müssen wir sie natürlich anlegen denn ansonsten ist das nervig wisst ihr natürlich könnt ihr sie entsperren aber dann dann ist sie eingeschränkt nur zu nutzen ein bisschen nervig deshalb also wir packen jetzt mal kurz in unser handgelenk und dazu bewegen wir die apple watch mit den sensoren über unseren hand rücken der hier sich befindet und hier ist unser arm hier ist unser gelenk und dahinter packen wir unsere apple watch jetzt lassen sie einmal um das handgelenk herumlaufen und dann rasten wir sie ein in diesem fall ist ein silikon armband das heißt wir haben hier so ein bolzen der dann einfach eingeklickt wird und der rest wird dann einfach hier drunter gesetzt und hält es dann in position so und dann haben wir schon wie gerade gesehen habt wenn ich sie verdecke geht sie aus wenn ich sie aber dann zu uns oder mir setze dann geht sie an und sie möchte jetzt erstmal einen code haben den wir vorher definiert hatten und dann wenn wir einmal den code eingegeben haben dann bleibt sie auch seht ihr jetzt muss ich es nicht mehr eingeben jetzt kommt dieses coole zeitraffer videochen was ich da hinzugefügt hat über unsere app selber so und dann können wir mit einem tipp auf die digital chrome die sich hier rechts befindet da ist die digital chrome die digital chrome kann dann verwendet werden um uns durch den einzelnen durch die einzelnen apps zu sliden und mit einem klick gehen wir dann auf den haufen der apps die wir haben vor installiert seht ihr sind ein paar apps am start wir haben hier kalender dann haben wir dort die fitness app die herz app die diversen apps die so am start sich befinden als beispiel wir können jetzt mal hören wie viel dezibel ich gerade hier am labern bin und ihr seht das sind so zwischen 60 und 65 dezibel ist meine stimme hier in einem abstand von einem halben meter zirka zu hören wir können uns auch jederzeit dort informieren und das ganz einfach über den touch sensor ihr könnt euch hier hoch und runter auf dem ganzen bildschirm entlang bewegen wenn ihr dann wieder die digital chrome benutzt geht ihr wieder auf den haupt screen bzw auf den lock screen oder auf euren ziffernblatt zurück nochmal geklickt jetzt seid wieder im häufchen wenn wir hier die taste auf der rechten unteren seite benutzen dann wird uns die apple watch in die schnell ansicht gehen das heißt wir können hier zum beispiel wir haben dies gerade nahe beieinander so konnten wir ganz schnell finden wenn es mal verloren gehen sollte das funktioniert natürlich nur mit der gepaerten apple produkt also mit unserem iphone welches wird gepaert haben dann haben wir hier die möglichkeit zu gucken wie viel batterie kapazität ist und einen energiesparmodus einzulegen zurück können wir immer wieder mit dem klick auf die digital chrome und uns durchs menü scrollen können wir auch indem wir die digital chrome hin und her bewegen als hoch und runter dann gibt es hier noch verschiedene andere möglichkeiten hier walkie talkie funktionen in den ruhemodus gehen taschenlampe hier das ist zum beispiel schön dass sie dann in den nass modus ist das heißt wenn ihr unter wasser euch befindet oder so können wir dort nämlich erst wieder raus dass die wird die gesperrt na guck mal ich kann nichts machen ich muss die krone halten gedrückt halten und dann gibt es ein ton und dieser ton ist dafür da damit wasser aus den kanälen der watch heraus gewibriert werden und dann kann ich sie wieder frei benutzen das ist jetzt so ein beispiel für den nassen betrieb flugzeugmodus und so weiter das können wir auch hier auf bearbeiten gehen das heißt wir können hier zum beispiel schulzeit hinzufügen andere sachen daraus dann weg machen zum beispiel das erniedrigen das hören und so weiter das ist dann weg es ist nicht verschwunden es ist nur aus dem vor definierten bereich weg sondern haben wir die möglichkeit von oben nach unten zu swipen dort haben wir dann hier die notifications von unten nach oben dann gehen wir zum beispiel hier auf die uhrzeit und was abgeht oktoberfest in hannover dann können wir hier uns auf dem screen selber wenn wir tippen die animation abrufen gibt es ja unterschiedliche sachen die könnt ihr auswählen und dann natürlich wenn wir in den sport modus gehen können wir dort aus ganz vielen sport modus auswählen was wir gerne haben möchten also wirklich schön und einfach intuitiv dann wenn wir das training starten kriminelle info als cool busco oder so kann man auch bluetooth verknüpfen und dann würde das auch weg gehen dann geht es noch darum ob die apps das auch miteinander verlaufen verwenden dürfen natürlich und dann können wir loslegen in diesem gibt es dann auch die möglichkeit mp3 ist noch abzusetzen also zu steuern wir können anhalten beenden oder einzelne segmente des trainings rausholen und so können wir uns dann durch den trainings haufen bewegen dann gibt es natürlich die ganzen geilen health app hier telefonieren können wir auch darüber sms messages mails et cetera können wir drüber setzen wir haben wecker funktionen wir haben auch eine kompass funktion und 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 ihr seht hier kompass zum beispiel damit müssen wir jetzt dann erstmal den campus navigieren und dann könnten wir ihn auch nutzen also kalibrieren dann können wir die fotos einsehen wir können hier ein ekg zum beispiel machen dafür müssen wir die digitale krone festhalten und so dann eigentlich jetzt mal die klappe halten kann ich ja schlecht dann seht ihr oben links seht ihr dann 70 bit pm also schläge pro minute ein bisschen erhöht hier ich habe eigentlich so ein ruhepuls von 60 aber dadurch dass ich hier mit meinem publikum kommunikativ so wertvolle sachen austausche ist das natürlich ein bisschen erhöht und dann können wir hier ganz schnell und easy ein ekg an unserem handgelenk fertigen ist das cool ja so wir haben sinus rhythmus alles im buddha erklärungen sind natürlich auch noch dort dann gibt es natürlich hier die möglichkeit die herzfrequenz zu zeigen die herzfrequenz ist auch immer wichtig die messung erfolgt dann durch die jetzt die hier an meinem handgelenk befindlichen sensoren und was haben wir noch am start 75 war das gerade habt ihr gesehen so ein bisschen hoch aber alles im buddha dann haben wir hier noch menstruationszyklus chillzeit wir können memos aufnehmen wir können leute suchen also unsere friends suchen und finden wir können zum beispiel auch die fotografie über unser iphone dann aktivieren wie ihr seht dann kann ich hier sehr schön sehen und eine auslöseverzögerung zum beispiel einsetzen und das smartphone fernsteuern auch eine sehr schöne funktion finde ich die hier auch benannt werden sollte dann habe ich schnell zugriff möglichkeit gehabt um dort schnell das zu ballern was wir wollen wir haben noch diverse andere apps wenn wir diese auf unser iphone welches dass die synchronisierung ein hat gesetzt wird wird diese dann auch mit dem mit der watch selber synchronisiert wenn wir dann in dem watch programm selber sind können wir hier noch detaillierte einstellungen durchführen zum beispiel die palette verändern unseres unseres watch faces zum beispiel als aktuelles konfigurieren vom blatt konfigurieren und dann sollte hier das dann auch schon angewendet worden sein jetzt mache ich zum beispiel mal in rot rüber wenn ich es an und es ist direkt umgeschlagen dann könnt ihr hier auch noch mitteilungen die app ansichten verändern allgemeine einstellungen durchführen und das geht dann über eure app und eurer smartphone dem es natürlich verknüpft ist eine sehr tolle app oder viele tolle apps mit eurer neuen everwatch series 9 ich sage vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal